In Trouble in Terrorist Town werden die Terroristen in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt, die Guten und die Bösen. Die Guten müssen dafür sorgen, dass alle Traitor sterben, so wie die Bösen dafür sorgen müssen, also die Traitor, dafür sorgen müssen, dass alle Innocents sterben. Die Gruppe, die als allererstes alle anderen umgebracht hat, hat gewonnen. Ha! So geil! Der war ja witzig! Alter, der Brede! Ich hab Schaden bekommen! Ich hab Schaden bekommen! Alter, Alter! Aber Leute, ihr müsstet mir die ganze Map abfackeln. Hast du doch gesagt, hast du doch gesagt, ich hab einen Schaden bekommen? Muss das denn sein, Leute? Bin gerade fast gestorben. Ich habe 9-19 Schaden bekommen. Manu hat sein Skin noch nicht geändert. Doch hab ich. Manu. Ich hab auch mal alles in den Kurs auf. Du musstest verkaufen. Hab ich. Ja, dann mach ich quip. Oh, ne, ist so schwer, was? Es muss nur ein Augensymbol rechts oben bei dem Schaden. Oh, dann weiß ich, dass du ihn anhörst. Oh, ups. So, ich hab eine Haffe gekauft, wenn wir einen One-Kill machen können, One-Shot-Kill. Oder wollen wir es so machen? Ich sehe gerade, dass der Schaden der Modell schossen ist. Manu hat irgendwie erschossen. Hä? Ich weiß nicht. Ich weiß. Da liegt eine Leiche und du kommst daher. Manu. Sekunde. Lass mich mal ganz kurz sein, dann dürft ihr mich auch danach töten. Ich will mir die Leiche nur angucken. Lass mich die nur mal kurz angucken. Manu hat's. Ich will nur die Leiche angucken. Ja, ich weiß. Ich will nur die Leiche angucken. Ach, wie geil das war. Die hat aber halt... Felix, Felix schießt auf dich. Felix, Felix schießt von oben. Felix schießt von oben. Jaaaa. So. Ein Traitor ist tot. Bleibt nur noch einer. Also die Runde habe ich jetzt glaube ich noch nicht begonnen, oder? Also ihr nehmt jetzt noch nicht so richtig super toll auf, oder? Ich nehm schon auf, doch. Fuck. Was ist irgendeiner da oben? Ey, aber ey, Zocky, jetzt keine Rach-Aktion, das wär uncool. Und guck mal, ich kann einen Trick, achte mal. War das ein cooler Trick? Ja, das war ein Trick. Mach das mal alle gleichzeitig. So bestimmt cool eins. Echt? Ja. Du bist nicht alt. Werd alt. Da oben ist einer auf dem Turm, Dario ist auf dem Turm, Dario ist auf dem Turm. Oh ja. Und Dario zieht auf uns mit einer Rifle, ich seh das. Und der geht nach hinten halt. Einer, ob ich euch töten würde, wenn ich eine kleine Waffe aus dem hier. Hey, Alter, Zocky. Äh, kann man von hier aus jemanden mit der Glock treffen da hinten auf dem Turm? Wenn du Skill hast, ja. Ach cool. Probier's. Probier's, Manu. Okay, warte. Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Ne, hast du nicht. Da unten ist Minzi, Minzi kommt. Geht nicht. Alter, Alter, ich warst uns Feuerringer. Warum sagt ihr denn nicht? Au. Er hat ihn weggesnipert. Was? Ich glaub Rollpits war. Ich war das nicht, ich war das nicht. Ohne Witz, ich war das nicht. Ist so Traitor. Ist so Traitor. Nein, ist so Traitor. AAAAAAAA. 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 FACK! FACK! Nein. Nein, ich bin überleben. Oh no, I will see you by. Hallo, Madalo. Hallo, Leute. Wie geht es dir heute? Der Traitor Home ist jetzt available. Geil. Lass mal rein. Hauptsache Rotpilz Detective Mütze schwebt so halb über seinem Kopf. Echt? Richtig süß siehst du aus. Richtiger Schnuckel, wisst du ihn. Na, das gefällt mir. Ja. 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 Wie der Typ von Star Wars. Holsterit. Okay, wer traut sich als erstes? Ja. Man stirbt. Da oben wirft einer. Warte. Wirft die Minecarts einfach weg. Kann er auch. Ich mag die Minecarts nicht. Na, wer will ich da reingehen? Los, komm, wer traut sich. Ja, rein spaziert. Wer will nochmal. Hä, rein spaziert. Ja, rein spaziert. Ich rede jetzt die ganze Zeit voll. Ich geh jetzt in die Turmans. Komm jetzt irgendwo. Steht du mich. Dann rede ich nicht mehr. Lalalala. Okay, ich bin... Nein, bitte nicht. Wer hat noch nicht... Wer will nochmal. Der Traitor Raum. Komm mit. Zum Traitor Raum. Ja. Hui. Ich... Ich hab meine Shotgun für mich. Wow. Wow. Alter, ich brenne. Genau. Oh. Das war ich. Ja, das war echt ich. Es wurde von der Brandgranate getroffen. Ja, ich wurde von der Brandgranate getroffen. Ja, ich wurde von der Brandgranate getroffen. Ja, ich wurde von der Brandgranate stecken geblieben, dass ich mich nicht bewegen wollte. Hallo. Wie geht's? Ich hab kein Heilding. Ich hab mir schon was gekauft. Ich hab kein Heilding. Ich hab mir schon was gekauft. Oh. Sei mal Witcher, ey. Du armer Schlucker. Alle anderen. Ah, es sollen alle töten? Töten alle anderen. 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 Ich dachte, ich guck mal nach, wer war. Ich finde, wir sollten ihn ermorden. Hey, ich kann da nicht reingucken. Das zählt als Tyrannen-Mod. Zornbär hat den getötet. Ich hab's genau gesehen. Zornbär hat den getötet. Hey. Willkommen auf dem Airbus. Was kann ich wirklich dir tun? Da steht, lol. Da steht halt sogar Zeug. Da steht halt wirklich was. Guck mal, da ist sogar Steam auf dem Desktop. Oh. Da ist sogar Steam auf dem Desktop. Irgend so ein Valve-Kacke. Felix. Ich will gucken. Felix, du kannst Zombie vertrauen. Mir auch. Ja, okay. Das bedeutet, ich werde euch gleich töten. Manu. Manu, ich hab jetzt eine Frage an dich. Wenn du, wenn du ein süßes kleines Häschen auf einer Wiese sehen würdest, würdest du es streicheln oder essen? Ich würd reintrechen. Falsche Frage, äh, falsche Antwort. So was wird nur ein Traitor sagen. Ist echt so. Nee. Ja, doch klar. 100 pro, Alter. Ich war halt du am Anfang weg, aber mehr. Hey, hör auf damit, Manu. Alter, ich glaub, ich kann's nicht. Go! What the fuck? What the fuck, Alter? What the fuck, Alter? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? WTF? WTF? Ich bin innocent. Hallo, Mitchie. Hallo, Mitchie. Ja, ich bin... Ja, ich bin... Ja, ich bin... Hallo, Guys. Da ist Traitor. Ja, ja, ja. Warum ist da... Warum ist da... Warum ist da Traitor? Ich bin Traitor. Wenn der sagt, der ist I gestanden, der muss der Traitor sein. Ist das logisch. Ist das nicht logisch? Ruppets, 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 Ruppets. Ja, ich mach nichts. Keine Sorge, keine Sorge. Du, ich fahre. Ich mach gerade... Ich mach gerade dieses Dinges mit dem Skin. Ich mach gerade mit dem Skin. Komm. Wow, das ist Mitchie. Das sind Selbstschussanlagen. Junge, ich bin's nicht, Alter. Die Selbstschussanlage ist aktiviert worden. Junge, ich bin's nicht. Das ist Selbstschussanlage. W-w-was? Was? Irgendjemand hat die aktiviert. Welche? Ich kenn mich hier überhaupt nicht aus. Was denn überhaupt? Und ich trau dir nicht mehr mit sie. Und ich trau dir nicht mehr mit sie. Du, bleib weg. Nimm mein Zimmer. Bleib weg. Ich bin's nicht. Aus meinem Zimmer. Geh in dein Zimmer und bleib weg. Ey, du bist auffälliger denn je. Warum bin ich auffällig? Ich hab überhaupt... Ich mach nichts. Du komisch bewegst, Mann. Hä, was für komisch bewegen? Ja, das ist eine Kacke. Wenn du Traitor wärst, dann wüsstest du ja, dass ich dich... Ja, was ist, wenn ich tanze... Hey, ich bewege mich komisch. Inwiefern bewege ich mich komisch. Ja, siehste. Okay, da rühre ich direkt. Abonnieren, favorisieren. Wenn ihr Bock habt, dass du das Intro jetzt nochmal sagst. Lass mich auf deinen Kopf sitzen, Mauder. Da fühl ich mich sicher. Dreh dich um. Ich wünsch, dass du mich tötest. Dreh dich um. Hallo Zorn, Baby. Ich schieße dich dann. Okay, Rotpilz, hast du gehört? Rotpilz ist Traitor. Rotpilz, hast du gehört? Rotpilz ist Traitor. Okay, Rotpilz hat mich angeballert und war Traitor. Und der hat geballert. Der Holocaust ausbricht. Ich hab auch nur zwei Leute getötet. Der Holocaust, also Manuel. Lebst du noch mit sie? Ja, ich lebe noch. Ich mein, nein. Manuel war eh nur. Tot. Das heißt, die Kamera von Harry Potter. Die Kamera von Harry Potter, oh, jo. Rotpilz, geh mal rein. Bitte gib mir keinen Headshot. Hallo, Manu. Puppi-Ride-Style. Sag mal, Mar bin ich behindert. Oh. Du bist schon behindert. Was geht denn jetzt ab, ey? Okay. Jetzt sind einfach jeden, den ich sehe, jetzt. Alle tot sind. Er hat sie einfach alle getötet. Wo ist denn der Spasti? Hallo. Wie, der so mega langsam war. Hi. Kann man da durchziehen? Ach, das ist ein Rotpilz. Okay. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist mir schon possible, oder? 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 Wie zündest du denn jetzt die Leichen an? Mit einer Flaregun. Und wahrscheinlich weil du 80 Leute getötet hast, hast du noch so eine halbe Stunde Zeit. Das ist echt gar die spannendste Runde. Ja, warte, ich kann es ja umsetzen. Ich komme einfach nicht zu dir hin, das ist das Ding. Das ist nur die Traitorling, das ist viel krasser. Ich bin gerade eben dreimal an Dario vorbeigelaufen, weil ich weiß, wo er ist. Ja, dann komm doch her. Ja, aber wir rennen die ganze Zeit aneinander vorbei, Mann. Ja, ich dachte du weißt, wo ich bin. Das ist ein Radar, der sich jede 30 Sekunden aktualisiert. Ich vereine dich, wo du bist. Huig hoo Halle! Joowoll! Ha-a-ha-ha! Uhuhu-hahh! Hauhau! Edu-du, du 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 doo... Eine Minute pro Runde! Ich bin so ein Christianity! Nein, Minzy hat gesagt, gib mir dein Ding ins, oder ich geb dir den Headshot. Na, hab ich ihn einfach getötet. Ernsthaft? Ja, guck mal, er, guck mal, seine, ey, guck mal, was dir auffällt. Manu, guck mal, Mannu, guck mal eben, dreh dich mal um. Guck mal hier, die Hüfte, die ist richtig wabbelig, die hat einfach überhaupt keine Haltung. Blub, 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 blub. Du hast deine Knochen gebrochen. Ich hab Minzy die Knochen gebrochen. We can do the Harlem Shake. Neid, brav, 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 brav. Pa, 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 pa. Leute, Leute, wichtig, guck doch mal, er ist ein einzigartiger Mensch. Wir sehen alle so aus und es gibt eine andere. Oh, guck mal, er ist ein anderes auf. Das ist echt so. Ey, hör mal, komm, wir machen jetzt. Er hat Haare. Wo du als alter Mann geboren wirst und dann immer so leidst und so aussiehst. Komm, wir machen jetzt, wir machen jetzt, äh, wir machen jetzt König der Löwen. Ah, Minzy ist gleich. Ah, Prima. Deinen ist da zugegangen. Wo? Hä, ich? Ich jetzt auf dem Klo. Where, where, where? Wo, Manu? Hey, where, where? Eine Tür ist zu. Eine Sicherheitstür ist zu, aber nur eine. Wie ist das denn? Minzi, ich nehme dich mit, damit du was zu gucken hast. Schau, ich stand da einfach irgendwer dazwischen oder so. Und du hast den auch überall gegeben und die Geräusche sind so cool. Los, Minzi, komm mit. Ma, ich hasse diese Waffe, ey. Was, Minzi, du willst hier sitzen? Warte mal, Tato, Minzi... Du sitzt aber ein bisschen merkwürdig, Minzi. Ich nehme mich mal wieder mit. Der hatte eine Rifle. Achso, schade. Ich bleibe bei dem Leichen, Mann. Er ist der Leichen-Shentner. Er geht immer ran. Er ist immer parat. Am Leichen-Apparat. So geht das Lied. Das ist ein richtiger Song. Darius. Warte mal kurz. Ich hab fast keine Munition. Auf den... Alter! Alter, WTF! Alter, was geht denn ab? Ich sitze auf dem Klo. Ja, okay, dann... Warte mal so gern. Hast du mir grad reingewaldert? Nein, ich hab reingewaldert. Und du bist reingeschossen. Was, Minzi, du möchtest auf die Toilette? Ey, da möchte Minzi rein. Meine Toilette. Zocki, das ist... Da will aber Minzi rein, Zocki. Geh da wieder raus, bitte. Ich will hier raus. Okay, Pia. Minzi, du darfst jetzt kacken. Bitteschön. Du liegst aber... Du liegst aber ein bisschen merkwürdig auf der Toilette. Wer hat gewallert? Wer hat gewallert? Wer hat gewallert? Wer hat gestorben? Glaube nicht. Darius Traitor. Ach, ihr seid beide Traitor. Cool. Ich will. Ich will.